Ampla ist ein modernes, leichtes E-Bike, mit dessen Hilfe Herausforderungen wie Hügel und Wind schweißfrei und einfach bewältigt werden können. Stau, Parkplatzmangel, schweißtreibende Entfernung und Stress, das erfahren Menschen Tag für Tag. Wir haben Ampla erschaffen, um diese Probleme der urbanen Pendler zu lösen und machen Radfahren für mehr Menschen möglich, indem wir ihre täglichen Wege elektrifizieren. Und wir bauen Fahrräder, die auch aussehen wie solche. Keine klobigen Akkupakete auf Rädern. Ampla ist so leicht, du kannst es einfach eine Treppe hochtragen. Und Ampla unterstützt dich, wenn du die Hilfe am meisten brauchst. Den Hügel hinauf oder beim Kampf gegen den Wind. Genieß die Freiheit des Radfahrens mit dem Fahrrad, das dich weiterbringt. Du kommst du von A nach B ohne Stress und ohne Schweiß. Nachdem bereits tausende von unseren Ampla-Bikes auf Europas Straßen rollen, haben wir nun unseren Flagship-Store in Berlin eröffnet. Gebaut und entwickelt haben wir den ersten Prototypen von Ampla 2014. 2016 war dann das erste Fahrrad fertig für den Markt. Wir verfolgen das Prinzip, unsere E-Bikes direkt zu verkaufen. Dadurch bleiben die Preise fair und du stehst in direkter Kommunikation mit uns, was dir den bestmöglichen Service bietet. Ampla, eine neue Generation von Fahrrädern, die dich weiterbringen.